Andererseits haben wir das Ganze mit einer Gruppe gemacht von neun Leuten. Vier davon sind weitergefahren und haben nicht mit uns gewartet und den Reifen getauscht. Die haben es in unter 20 Stunden geschafft. Also wir wissen, es war möglich. Die anderen sind bei uns geblieben und wir wissen, wir haben es als Team super zu Ende gebracht. Und auch das ist für mich eine Goldmedaille, auf die ich heute mit dem Team mega, mega stolz sein kann, weil wir alle keine Profis sind im Radfahren, weil wir alle einen Job haben und nicht nur trainieren den ganzen Tag. Und weil wir vor allem gemerkt haben, dieses Vertrauen in ein Team, jeder gibt mal den Windschatten und jeder kriegt mal den Windschatten, dass uns das am Ende so schnell ans Ziel gebracht hat, ist für mich immer noch eine Goldmedaille, die es absolut wert ist.